Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zum Mittwochs-Update vom 25.10. und zu Woche 3 vom neuen Halloween-Event. Und wir starten als erstes rein, was ist Neues reingekommen? Und zwar starten wir in der Festung des Galoppierers, denn da haben wir ein paar Neuerungen. Punkt 1 geht jetzt die Linda-Quest weiter. Wenn ihr die alte Quest verfügbar habt, ist aber lustigerweise bei irgendwie nicht allen Leuten verfügbar. Also wenn sie bei euch da ist, könnt ihr sie weitermachen. Ansonsten müsst ihr vielleicht warten und hoffen, dass sie euch dann in der letzten Woche doch noch irgendwie verfügbar gemacht wird. Doch das ist hier noch nicht alles, denn wir haben hier auch diesen verängstigten Geist. Und der gibt euch eine neue Aufgabe, nämlich die Flucht von der Hexe. Und die hat es einigermaßen nämlich in sich, denn ihr bekommt zwar nur dieselbe Belohnung wie für den kopflosen Reiter, doch die gute, garstige Hexe, die gute Phantom-Hexe, ist deutlich gefährlicher, denn die hat deutlich mehr drauf. Solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, denn das anzunehmen hat schon ein gewisses Risiko für einen sehr geringen Lohn, den ihr daraus bekommt. Das Weite geht es nämlich, denn es gibt eine neue tägliche Aufgabe, nämlich die süßes oder saures Questline, die jetzt nun hier startet und wo der Geist euch am Anfang natürlich erstmal hier begrüßt und dann hierher einlädt. Und dort könnt ihr euch täglich nämlich eine neue Daily-Aufgabe widmen. Dafür müsst ihr nur immer die passende Maske aufsetzen. Ihr könnt das Ganze auch ohne die passende Maske machen, dann ist aber einfach die Belohnung ein wenig geringer. Ich empfehle sie euch aber lieber nicht zu kaufen, die Maske. Nutzt die Maske wirklich nur, wenn ihr sie habt, die passende, denn nur der Schilling-Betrag wird reduziert. Die Spieler-Erfahrung bleibt dafür gleich, die ihr bekommt, auch wenn ihr das Ganze ohne die passende Maske macht. Das ist nun aber auch das Ganze, was ihr hier im Reich des Galoppierers an Neuerungen habt. Der Rest befindet sich tatsächlich außen und so viel ist es auch wirklich gar nicht mehr für euch dieses Mal. Was gibt es noch Neues für euch? Als allererstes gibt es jetzt ein paar neue Funktionen. Unter anderem könnt ihr nun nämlich einfach aus dem Trab springen, wie ihr hier schon seht, was definitiv für einige Roleplay-Sachen auch ein sehr angenehmes ist. Unter anderem auch für Videoprojekte, denn aus dem Trab zu springen eignet sich gerade, wenn man jetzt zum Beispiel hier ein paar Bilder machen möchte, nämlich besonders gut, denn da ist die Verzögerung nicht so krass. Und so könnt ihr damit nämlich deutlich besser auch Bilder machen, wie ihr hier nämlich zum Beispiel gesehen habt. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Rotation der neuen magischen Pferde und so haben wir Dorcha und Solas, die beiden neuen, was heißt neuen, die beiden zurückkommenden Schmetterlingspferde. Und ja, es sind tatsächlich keine Faunen, sondern Schmetterlinge, da das Ganze nämlich an Tigeraugen, also an Schmetterlinge, angelehnt sein soll, zumindest laut Star Stable. Passend dazu sind natürlich auch ihre beiden Haustiere mit dabei. Die beiden Pferde bekommt ihr jeweils für 850 Star Coins. Die sind nicht reduziert wie die Halloween-Pferde, da sie natürlich nicht zum Halloween-Event zählen. Die beiden Haustiere gibt es dann jeweils für 400 Star Coins, also wirklich alles andere als preiswert, aber wem sie gefallen, der kann hier auf jeden Fall noch einmal zuschlagen. Nächste Woche geht es dann in die letzte Woche des Halloween-Events und ihr könnt die Geistersuche starten, die zwar auch ein Event des letzten Jahres ist, aber die euch auch nochmal ganz gut Spielererfahrung gibt. Und außerdem habt ihr die letzte Reihe des Questlines hier, nämlich, denn wir bekommen die Abschluss-Quest des Galoppierers. Wir können gespannt sein, auf jeden Fall wird es noch einige Spielererfahrung geben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Update für diese Woche findet. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.